Was ist Public Relations? Zwei Möglichkeiten hier anzusetzen, um die Antwort zu generieren. Einmal für dieses Hilfsverb ist ein Vollverb zu finden, was bewirkt Public Relations zum Beispiel. Oder hier eine Brücke oder gleich direkt ein Synonym zu finden. In dem Fall gleich das Synonym, Public Relations ist Öffentlichkeitsarbeit. Und wir können aber trotzdem hier diesen Weg auch gehen, nämlich sagen, was bewirkt Public Relations? Abgekürzt übrigens PR. PR bewirkt oder soll bewirken. Das ist zumindest das Ziel. Ein positives Unternehmensbild in der Öffentlichkeit. Public Relations. Ja, wörtlich Beziehung mit der Öffentlichkeit. Bewirkt ein positives Unternehmensbild in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Ja, und das kann man durch verschiedene Maßnahmen dann erreichen, wie zum Beispiel Sponsoring. Ja, oder Tag der offenen Tür. Oder Zeitungsartikel, die es gelingt zu platzieren und, und, und. Das sind die Instrumente. Ja, aber hier ist gefragt, was ist Public Relations? Öffentlichkeitsarbeit, die ein positives Unternehmensbild in der Öffentlichkeit bewirken soll. Oder man baut sich hier diese Brücke, das ist, wird ersetzt durch das Verb bewirkt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.